Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham City. Ja, wir sind mit Catwoman unterwegs, um die Sachen aus dem Safe zu klauen. Und ja, wie schon sagte, die Fortbewegung mit Catwoman ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde es mit Batman auf jeden Fall besser. So, ich glaube, da müssen wir hin. Okay. Ich konnte jetzt nicht so genau sehen, ob da jetzt einer eine Schusswaffe hat, aber ich glaube, das dürfte der Fall sein. Wobei, der hat nur ein Schild. Ja doch, da, der hat eine Schusswaffe. Okay. Okay. Dann hauen wir den noch mal. K.O. Zack. Aber Catwoman, also mit Catwoman kämpft es sich doch deutlich flotter als mit Batman. Zack. Da haben wir ein paar Schellen verteilt. Und steigen mal hinab. Da sind Ivys Vines. Und da ist die Schädenverstätigkeit. Schönes Arbeit, Red. Zeit, um da reinzukommen. Okay, konfiszierte Güter aufbewahrt. Ich denke mal von den Gefangenen. Okay, da ist der Vault. Sieht aus wie ein standardes 3-Karten-Sicherungs-Protokoll. Wirklich? Du denkst, diese Leute würden jetzt schon gelernt haben. Hoffentlich sind die Chäden da unten. Deep in den Pocken dieser Tiger-Guarden. Ja. Das hoffen wir dann doch mal. Ich muss schnell sein und stehe aus der Sicht. Einen falschen Bewegung und die Failsafe werden triggern. Und das Vault wird permanent gelockt. Und das Vault wird permanent gelockt. Protokoll 10 wird in 10 Minuten beginnt. In 10 Minuten. Oh. Oh. Äh. Ja. Das lief nicht so wie geplant. Das ist ja schön für dich. So. Okay, wir dürfen anscheinend gar nicht entdeckt werden. Das werden wir noch sehen, Hugo Strange. Das werden wir noch sehen. Tadam. Okay. Das Ganze nochmal. Nur ohne entdeckt zu werden. Ich glaube, die können einen auf jeden Fall sehen. Ja. Okay. Naja, bisher haben wir ja nichts geklaut, weil wir nichts haben klauen können. Äh. Also. Ja. Auch wenn Selina Kyle alias Catwoman als Meisterdiebin gilt. Äh. Ach, stimmt. Ja, man kann ja hier oben rumklettern. Moment mal. Ja, das könnte... Das könnte passen. Oh. Nee. Kann man zu langsam. Ich weiß nicht, ob man hier... Kann man hier gesehen werden oder... Okay. Also die Lolo hinten sehen dann schon mal nicht... ...schon mal nicht schlecht. Ach, Mist. Ja, ist gut. Ah, der Hugo Strange. Er ist wirklich strange. Ziemlich stranger Typ. Okay. Dann nochmal. Ganz langsam. So, jetzt müssen wir... So, Pickpocket. Zack. Und... Hoch. Okay, eine Karte haben wir schon mal. So. Wenn wir die anderen Karten jetzt so genauso machen, dann... Ich wollte hier das ja auch kein Problem sein. Sollte. Der hat leider keine Karte mehr. Zweimal klauen geht nicht. Das wäre auch cool. Wenn man einfach... Dreimal die Karte vom gleichen Typen klauen könnte. Ja, hier muss man jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Und da ist ja die Wand dazwischen. So. Zack. Ich bin sehr fasziniert, wie hoch diese Frau springen kann. Aber gut. Und sie ist sehr gelenkig. Okay. Wenn er sich jetzt nicht dumm umdreht... ...den sollten wir das auch haben. Da haben wir sie. Das lief dann ja ganz glatt. Auf jeden Fall glatt als die ersten drei Versuche. Oder wie viel es jetzt waren. So. Dann kraxeln wir mal zurück. Und öffnen mal das Ding. Zumindest glaube ich, dass man noch hier muss. Ach hier, ja. Was ist passiert? Wer hat die Wand abiert. Ist das eine Drill? Wenn es ist, hat niemand uns gesagt. Listen up. Die room ist heiß. Spread out und search for recruiters. Okay, die haben wohl klare Anweisungen. Okay. Ich weiß es nicht. Kann man die Wachen jetzt aller einzeln... Ja, doch. Kann man. Das ist gut. Check your numbers. Move it! So. Ja, die nächste Casualty ist... ...gleich um die Ecke quasi. Check your numbers. Ja, komm, 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 jawoll. So, ist nur die Frage, bewegen die sich jetzt davon weg? Das weiß ich nicht mehr. Okay. 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 to call 10 startet jetzt. Ich denke mal, dann werden wir sehr bald erfahren, was das Ding jetzt genau ist. So. Ja, check your numbers. Freund, du bist alleine. Du bist alleine. Und zack. So, das waren sie alle. So. Dann sollten wir jetzt einfach in den Tresor kommen. Jawohl. Oh. Das glaubst doch nur du, Hugo Strange. Oha. Oha. Nee. Zack. Ja. War wohl nix mit, äh, einer Lektion erteilen hier. Hm. Geh direkt weg von hier und leid ihn. Es ist einfach. Du wirst dich nie vergleichen, Selina. Er save Batman, dann weg von hier. Es ist nicht wie er sterben. Es ist Batman, oder? Ja, ich glaube, ich werde ihn retten, denke ich. Oder? Ich glaube, beim letzten Mal habe ich ihn gerettet. Ich werde ihn trotzdem retten. Ja. 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 Ich weiß was ich für dich, Batman. Du wirst nicht sterben. Ja. 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 Aber das Protokoll 10 ist. Sehen wir genau jetzt. Oracle. Strange is launching missile strikes on Arkham City from Wonder Tower. You shut this place down. Joker's taken Talia. I'm going after them. You can't. Hundreds will be killed. I need your help to stop the attack. You'll kill Talia. You need to think this through. Batman can't let all these people die. My tracker's not activating. Reroute all Wayne Tech satellites to boost the signal. I can't do that. I realize it is difficult, sir. But you need to decide if one life is worth sacrificing to save a thousand. Don't do this, Alfred. Batman must save Gotham. I'm sorry, but deep down, you know I'm right. Oracle, do not lose Talias signal. Okay. The tower is locked down. No way in without the codes. One of the choppers will be carrying the master control program. I just need to find that chopper. Okay. Then suchen we halt... ...den richtigen Hubschrauber, der die Zugangscodes hat. Oder dieses Master Control Program. Um halt in den Wonder Tower reinzukommen. Ups. Gucken wir mal. So, der hatte es nicht. Ah. Ne, okay. Kommen wir nicht hoch. Aber so, okay. Ach, schade. Es wäre natürlich aus dem Flug heraus viel eleganter gewesen. So. Hast du das Programm? Nein, hast du natürlich nicht. Verdammt. Na, okay. Da war der Fall etwas zu tief. Und hier glaube ich auch. Oh, ne. Ah. Das will ich aber nicht. Zum Glück werden die schon gescannten Hubschrauber blau markiert. We've lost sight of Batman. I repeat, target is missing. So. Zack. Komm, lass mich mal da dran. Ne. Der auch nicht. Ah. Ich finde diese Fortbewegung bei Batman auf jeden Fall viel angenehmer. Oh, das war zu tief. Wenn man es dann richtig kann. Dann ist sie auf jeden Fall viel angenehmer. Ja. Ja. So wie es aussieht scheint Protocol 10 wohl irgendwie so eine Art Befehl. Wow. So eine Art Befehl zu sein, äh. bei Arkham City, weiß ich nicht, auszulöschen. Oder halt alle Insassen auszulöschen. Oh. Der hat es auch nicht. So, da haben wir den nächsten Hubschrauber. Ach komm. Hm. Der hat das auch nicht. Ich hoffe, ich muss hier nicht alle, alle Hubschrauber durchgehen. Oh. Oh. Das sind nämlich noch ein paar. Oh. 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 Ja. Oh. Oh. Okay, alles klar, da müssen wir hin. Das ist schon krass, also in Protocol 10 wirklich einfach, ich weiß es halt nicht mehr genau, aber es scheint ja echt so eine Art Befehl zu sein, Arkham City auszulöschen und ich weiß nicht, es sind zwar alles Verbrecher und einige davon haben sicherlich auch sehr, sehr schlimme Sachen getan, aber manche sitzen vielleicht auch unschuldig hier oder stehen zwei Scharfschützen, aber ich weiß nicht, töten ist immer falsch, in meinen Augen. Deswegen finde ich Batman auch einen der coolsten Superhelden, weil er einfach nie tötet. So, selbst den größten Abschaum nicht und das sind doch, das ist auf jeden Fall was Gutes. So, wollen wir die mal ausschalten? Oh, zuck. So, leg dich mal schlafen. Und du auch. Ich meine, die tatsächlich kommt von da unten. Hehe. Okay. Gut, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle mal einen kleinen Cut und dann sieht man sich in der nächsten Folge bei Batman Arkham City. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020